Wenn man sich angucken kann, wie das Ganze läuft, ist Knoppix so designt, dass das Vollprodukt, die Vollversion, tatsächlich gleichzeitig die Live-Version ist, die am besten übrigens von USB-Stick läuft, aber auch von DVD und über das Netzwerk geputigt werden kann. Die Version 8 enthält etwa 10 GB an vorinstallierter Software. Da ist alles dabei, was einerseits ich für den Unterricht brauche, andererseits andere als sehr praktisch angemeldet haben. Open Office ist natürlich dabei, beziehungsweise Libro-Office, verschiedene Web-Browser, Grafikprogramm, GIM. Dann für Barrierefreiheit haben wir einiges zu bieten. Für Blinde, Anwender haben wir einen separaten Desktop. Für Sie, Behinderte, haben wir die Vergrößerungsfunktion. Ja, und das ist diese Mauslupe hier, mit der man Teile des Bildschirms oder den ganzen Bildschirmen auch...